Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei Welt. Im Norden von Hessen in Volksmaßen ist ein Autofahrer durch eine Absperrung in einen Rosenmontagsumzug gerast. Die Polizei meldet mehrere teils schwer verletzte Menschen. Die Bild-Zeitung spricht von 30 Verletzten, viele davon schwer verletzt. Augenzeugen berichten, dass auch Kinder unter ihnen sein sollen. Nach Berichten des Hessischen Rundfunks sei ein silberfarbener Mercedes-Kombi am Nachmittag gegen 14.30 Uhr in die Menschengruppe gefahren. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie der Fahrer während der Fahrt noch beschleunigt habe den Wagen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Fahrer des Pkw wurde von Polizeibeamten festgenommen. Die Hintergründe sind bislang noch völlig unklar. Ja, und es gibt auch Augenzeugenberichte, die sagen, dass der Fahrer zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein soll. Sprechen wir darüber mit unserem Reporter Daniel Kupp, der uns jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Daniel, der Fahrer wurde festgenommen. Welche Infos gibt es denn mittlerweile über ihn? Also die neuste Information, die wir jetzt bekommen haben, das hat der Hessische Rundfunk auch vor wenigen Augenblicken berichtet, möchte das von der Polizei wohl auch bestätigt bekommen haben. Man geht wohl in der Tat davon aus, dass es sich bei der ganzen Sache um eine absichtliche Tat handelt. Also es gab ja eher Spekulationen, vielleicht ein Unfall, vielleicht ein medizinisches Problem. Aber es deutet wohl alles darauf hin, dass es eine absichtliche Tat war und dass der Fahrer wohl auch extra noch Gas gegeben hat, als er in die Menge gefahren ist. Er soll wohl insgesamt mehr als 30 Meter auch noch in die Menge reingefahren sein. Das Ganze ereignet sich in einem Volkmaß, das ist eine kleine Gemeinde, ungefähr 30 Kilometer südlich von Kassel entfernt. 6.800 Einwohner wohnen dort. Und ja, es war der Rosenmontagsumzug, das Highlight in der Gemeinde natürlich während der Karnevalszeit. Die hessische Innenministerium und die Polizei hat jetzt auch für ganz Hessen reagiert. Und sämtliche Rosenmontagsumzüge in Hessen, die ja teilweise jetzt auch noch stattgefunden haben, die sind jetzt aufgrund dieses Vorfalls auch unterbrochen worden. Kann man denn etwas zu den Verletzten schon sagen? Zur Schwere der Verletzten, auch zur Zahl der Verletzten. Also bislang zumindest gibt es ja die Meldung, Daniel, dass zumindest keine Todesopfer zu beklagen sind. Genau, man geht momentan nicht von Todesopfern aus, aber in der Tat schon auch von Schwerverletzten, darunter auch Kinder. Die Zahl, da gibt es auch ganz unterschiedliche Angaben. Erst war ja von 10 Verletzten. Die Rede jetzt sagen einige Medienberichte, dass es sich sogar teilweise um bis zu 30 Verletzter handeln könnte. Also da gibt es momentan noch keine, ja genauer, noch keine gesicherten Informationen von der Polizei. Interessant ist, dass es am Sonntag wohl in der Gemeinde auch einen, ja einen Zwischenfall wohl gegeben hat in der Halle. Da bei einer Karnevalsveranstaltung in Volkmaßen, da hat es wohl einen Alarm gegeben. Und der entsprechende Bereich, der ist wohl auch kontrolliert worden von der Polizei. Das hat die Feuerwehr der Gemeinde auch bei Facebook geschrieben. Ob es da einen Zusammenhang gibt, das wissen wir nicht. Die Veranstaltung, die ist wohl gestern dann auch nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Noch mal für Sie, liebe Zuschauer, zur Information. Im hessischen Volkmaßen ist ein Auto während eines Rosenmontagsumzugs in eine Menschengruppe gefahren. Der Fahrer soll wohl Absperrungen umfahren haben und dann ungebremst in eine Menschenmenge gerast. Er soll dabei auch auf Kinder gezielt zugefahren sein. Es ist die Rede von mehr als 30 Verletzten bestätigt. Ist diese Information nicht Todes, auch Infos über Todesopfer liegen uns bisher nicht vor. Daniel, wie geht die Polizei denn nun vor? Also wie wir gehört haben, ist die Polizei mit einem Gerüksaufgebot dort vor Ort. Das zuständige Präsidium, das ist das Polizeipräsidium Nordhessen. Man muss sich das richtig vorstellen, das ist eine ganz kleine Gemeinde, 6.800 Einwohner. Ich habe es eben erwähnt, da hat man jetzt natürlich sämtliche Einheiten alarmiert. Ja, auf den Norden von Hessen, auf Kassel, wir gehören aber auch aus anderen Städten, die sind da vor Ort. Ich habe jetzt gerade auch gehört, dass das ganze Gebiet dann natürlich jetzt wohl auch abgesperrt wurde. Da sind wohl auch Sichtzäune aufgebaut worden. So können wir das auch bei Fotos und bei Social Media sehen. Also die Ermittlungsarbeiten, die laufen da natürlich noch vor Ort. Dann haben wir auch gehört, dass ein Portal bereits eingerichtet wurde, wo Zeugen, mögliche Fotos, Hinweise etc. alles hochladen können. Also die Lage vor Ort, das haben wir gerade auch nochmal von Reportern gehört, die vor Ort sind vom Hessischen Rundfunk, alles natürlich noch sehr unübersichtlich. Das war ein, ja relativ schöner Nachmittag. Fröhner hatte sich auf diesen Umzug gefreut und niemand hatte natürlich gedacht, dass das Ganze sich da so tragisch dann entwickeln würde. So, telefonisch verbunden sind wir jetzt mit der Gerichter vom Polizeipräsidium Kassel. Können Sie uns zu den aktuellen Entwicklungen vor Ort etwas mehr sagen, Herr Richter? Ja, im Moment ist es nach wie vor so, dass wir davon ausgehen, dass gegen 14.30 Uhr das Auto in diesem Rosenmontagsumzug in Volkmaßen gefahren ist. Derzeit gehen wir davon aus, dass es ca. 30 Verletzte gibt, darunter auch mehrere Schwerverletzte. Und was wir auch sagen können, ist, dass wir derzeit davon ausgehen, dass der Täter bewusst in diese Menschenmenge gefahren ist. Ja, wie unser Reporter Daniel Kupp gerade schon gesagt hat, es gibt mittlerweile ein Hinweisportal für Bilder oder Videos dieser Tat. Der Täter, der Fahrer wurde aber festgenommen. Heißt, man sucht jetzt nach weiteren Spuren, man braucht Aussagen von Zeugen? Das ist richtig so. Der Täter wurde festgenommen. Nichtsdestotrotz sind wir bemüht, den Tathergang zu rekonstruieren und so genau wie möglich auch nachvollziehen zu können, was genau passiert ist. Deswegen sind wir natürlich auch sehr dankbar für alle Zeugenhinweise und auch Videos von dem Tatgeschehen. Sie haben, Herr Richter, gerade gesagt, dass man zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand davon ausgeht, dass es eine vorsätzliche Tat war. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen und begründen? Ja, da können wir natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen keine Einzelheiten zu sagen derzeit, weil das wird genau Gegenstand der Ermittlungen sein. Aber Sie würden schon dem Fakt zustimmen, dass das, was Augenzeugen berichtet haben, der Mann zum einen gezielt in die Menschenmenge gefahren ist, zum anderen wohl dann auch noch den Wagen beschleunigt haben soll? Wir gehen davon aus, dass es eine vorsätzliche Tat ist. Alles andere kann ich derzeit weder bestätigen noch dementieren, weil genau das wird Gegenstand der Untersuchung sein. Und auch die Zeugenhaussagen und die Videoaufnahmen, die wir eventuell erlangen, können das mehr erhellen. Wie ist es denn der Polizei gelungen, den Täter so schnell festzunehmen? War dann Polizei auf Geburt vor Ort oder haben da möglicherweise andere anwesende Menschen den Täter festgehalten, bis die Polizei dann ankam? Wie lief das ab? Zum Einzelheiten der Festnahme kann ich Ihnen derzeit auch noch nichts sagen. Können Sie wenigstens ganz kurz etwas zu der betreffenden Person sagen? Welches Alter, möglicherweise sozialer Hintergrund, wo kommt der her? Ist er deutscher Staatsbürger, ist er ausländischer Staatsbürger, Migrationshintergrund? Was können Sie dazu sagen? Auch der Person des festgenommenen Tatbedichtigen kann ich im Moment noch keine Angaben machen. Ja, Zeugen berichten, auch der Fahrer habe eine Absperrung umfahren. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie sah das denn da aus? Also wo genau hat sich dieser Rosenmontagsumzug abgespielt? Wie viele Personen waren da vor Ort? Also wie gesagt, zu den einzelnen Tatabläufen kann ich noch keine Angaben machen. Auch zu der Personenanzahl, die insgesamt bei dem Umzug waren, kann ich derzeit keine Angaben machen, weil ich es auch nicht weiß. Lediglich, dass es halt diese große Anzahl an Verletzten gegeben hat. Das war jetzt gar nicht auf die Tat bezogen, sondern insgesamt dieser Umzug, wie der praktisch vonstatten ging? Wie viele Personen da vor Ort waren? Ja, das war ein normaler Rosenmontagsumzug im Volkmaßen, wie der jedes Jahr stattfindet. Aber ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, wie viele Menschen bei diesem Umzug insgesamt gewesen sind, weil ich es nicht weiß. Können Sie noch etwas ganz kurz dazu sagen, was jetzt aktuell vor Ort passiert und mit wie vielen Einsatzkräften man höchstwahrscheinlich natürlich weitere Spuren sichert? Also im Moment ist es so, dass der Tatraum weiträumig so abgesperrt worden ist. Das sind zahlreiche Einsatzkräfte vom Polizeipolitik im Nordhessen, von der Polizeidirektion Wallach-Sangmeck und andere vor Ort. Wir sperren den Tatort ab, um die Spurensuche möglichst intensiv gestalten zu können und sind weiterhin auf der Suche nach Zeugen. Und das wird im Moment die vorträgendste Aufgabe der Polizei sein. Sie können sicher sein, dass die Ermittlungen derzeit auf Hochtouren laufen. Wie werden denn die Menschen betreut, die möglicherweise auch Augenzeugen dieses Vorfalls geworden sind? Neben den Verletzten, die ich schon erwähnt habe, gibt es natürlich auch viele Menschen, die das gesehen haben und die betroffen sind. Die werden durch Feuerwehr und Rettungsdienste auch intensiv betreut. Vielen Dank, Herr Rainer-Lingner. Und wir reden über diesen Vorfall auch noch... Herr Richter, Entschuldigung. Wir haben noch eine andere Schalte gehabt. Da waren das eben falsche Informationen auf meinem Bildschirm. Herr Richter, vielen Dank für diesen Moment, für die Informationen. Und wir reden über diesen Vorfall natürlich noch mal mit unserem Reporter Daniel Kopp. Daniel, sind dir weitere Informationen bekannt, wie der Täter so schnell festgenommen wurde? Also um ehrlich zu sein, haben wir dazu bisher auch noch keine Informationen bekommen. Für mich ist es auch noch relativ schwer, das zu sagen, weil ich ja noch nicht vor Ort bin. Ich werde in ungefähr 30 Minuten vor Ort sein. Wir bitten die schlechte Tonqualität, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu entschuldigen. Vielleicht, Daniel, kannst du ganz kurz noch mal zusammenfassen, was denn da genau am Nachmittag in Volkmaßen passiert ist? Genau, also wie wir gehört haben, dass wir das Ganze ja gegen 14.45 Uhr ereignet haben. Es war der Rosen-Umzug in Volkmaßen eine kleine Gemeinde, 6.800, 1.3 Kilogramm in Kärn. Das Umzug sicher ist das Highlight der Gemeinde. Während des Karnevalsumzugs zu den Kreis und Baden wohl auch sehr viele Kinder vor Ort. Und wir hören, ist dann wohl ein silberfarbener Mercedes in diese Menschenmenge gefahren. Wir haben gehört, der wohl eine Sperrung im Fahren hat. Die Möglichkeit hatte doch der Nachwiesn, Karnevalsumzug anzukommen. Er ist dann in die Menschenmenge, die wir von Augenzeugen gehört haben, soll er wohl auch Gas gegeben haben. Das hat der Sprecher der Polizei ja gerade auch eigentlich indirekt bestätigt. Und dann soll es zu Verletzten kommen. Viele Verletzte, ob 10, ob 15 oder 30, da gibt es momentan noch persönliche Angaben. Das hat der Sprecher der Polizei gerade auch ja noch nicht bestätigen können. Und dann gab es wohl diese Festnahme. Um wen es sich da handelt, es gibt erste Informationen, dass es sich dabei um einen Deutschen handeln soll. Auch dazu haben wir momentan noch keine gesicherte Informationen. Jetzt schließen Sie anschlag mich aus. Was wir aber wissen, dass die Fastnach-Umzüge im Ganzen, dass die heute Absatz und unterbrochen würden. Daniel Kuh, recht vielen Dank für diese Informationen. Und wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Sie haben es gerade gehört, noch ein bisschen undurchsichtig. Undurchsichtig, die Gesamtsituation, die Polizei, die aus ermittlungstaktischen Gründen natürlich nicht so viel Preis geben kann. Momentan fest steht bislang, dass in Volkmaßen gegen 14.30 Uhr ein Mann in einem silbergrauen Pkw in eine Menschenmenge gefahren ist, die gerade einen Rosenmontagsumzug mitgefeiert hat und mitgefeiert wurde. Bis zu 30 Menschen momentan die aktuelle Zahl, die verletzt wurden, zum Teil auch schwer. Ja, und die Polizei in Mainz hat am Rosenmontag spontan auf den Vorfall bei einem Karnevalsumzug im nordhessischen Volkmaßen, die hat reagiert und sie überwacht nun mit Drohnen gezielt Zufahrtsstraßen. Das Ziel sei es, auffällige Fahrzeugbewegungen frühzeitig zu erkennen. Das teilte die Polizei mit. Also man hat hier Angst vor unmöglich weiteren Anschlägen oder weiteren Vorfällen. Von einem Anschlag kann man ja nicht sprechen. Da gab es bis jetzt keine Bestätigungen. Diese Drohnen, die seien eigentlich dafür vorgesehen gewesen, gefahrenträchtige Situationen rund um den Bereich des Rosenmontagszuges auszumachen. Nun würden sie aber an den Rändern der Veranstaltung genutzt. Wegen des Rosenmontagszuges sind ja knapp 500.000 Menschen in Mainz an, eben diesem heutigen Montag unterwegs. Wie gesagt, weitergehende Einzelheiten zum Vorfall in Volkmaßen hier bei Welt, sobald sie uns vorliegen. Und wir kommen zu einem anderen Thema. Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien. Die löst Besorgnis in ganz Europa aus, auch hier in Deutschland. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht jetzt davon, dass die Welt möglicherweise vor einer Pandemie stehe. Die Zahl der Infektionen, die steigt rasant an. Mittlerweile sind es mehr als 220 Infizierte in Italien und fünf Menschen starben. Die italienische Regierung, die regelt bis auf weiteres jetzt, stellte im Norden des Landes komplett ab. In Mailand, da wurden öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Oberhöhlenhäuser geschlossen. Und am Brenner, da wurden Züge wegen Virusverdachts gestoppt. Ohne Sondergenehmigung kommt keiner mehr rein oder raus. Wie hier bei Codogno steht in 13 abgeriegelten Kommunen das öffentliche Leben praktisch still. Viele Geschäfte sind geschlossen. Vor den anderen drängeln sich die Menschen aus Angst vor einer Lebensmittelknappheit. Kein Wunder, drinnen sind bereits viele Regale leer. Ich finde die Kontrollen notwendig, aber es gibt für uns bisher viel zu wenig Informationen. Ich halte das Ganze für übertrieben. Für mich ist es einfach zu viel. Aus Angst vor einer Ausbreitung des Virus hatte bereits in der Nacht Österreich am Brenner die Grenzen für diesen Zug mit 300 Reisenden aus Venedig dicht gemacht. Zwei deutsche Touristinnen waren mit Verdacht auf Corona-Infekt bereits in Verona aus dem Zug geholt worden. Nach vier Stunden dann Entwarnung. Die Frauen hatten nur eine normale Grippe, der Zug durfte weiterfahren. Die Frage, ob eine Grenzschließung überhaupt das Virus stoppen könnte, wird heiß diskutiert. Österreich und die Schweiz denken darüber nach. Frankreich und Deutschland halten davon bisher wenig. Auch gibt es noch keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für Italien. Trotzdem ist die Bundesregierung auf der Hut. Wir bleiben unserer Handlungsmaxime treu. Wir bleiben aufmerksam. Wir bereiten uns auf alles vor. Wir reagieren aber auch jederzeit angemessen und verhältnismäßig. In Italien wird unterdessen alles getan, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. In Mailand bleibt aus Angst vor Ansteckungen das berühmte Opernhaus Scala bis auf weiteres geschlossen. In Mailand werden aktuelle Modeschauen wie hier bei Armani vor leeren Rängen nur noch im Internet übertragen. Ob sich das Virus von den verschiedenen Maßnahmen aufhalten lässt, weiß derzeit aber niemand. Bettina Gaber, die ist in der unter Quarantäne stehenden Stadt Codogno. Das ist der Ort mit den meisten Infizierten in Italien. Was tut man denn dort seitens der Behörden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, Bettina? Ja, man hat den Ort ja abgesperrt. Es soll Kontrollen, Straßenkontrollen geben. Wir sind heute Morgen nicht daran gehindert worden, in den Ort hineinzufahren. Die Menschen haben aber Angst, dass sie nicht mehr rauskommen und dass es auch keine Waren mehr gibt. Sie stehen stundenlang, viele Stunden vor dem Supermarkt an. Sie dürfen nur mit Atemmasken hinein in den Supermarkt. Und da der Supermarkt zu wenig Personal hat, weil eben viele Mitarbeiter offenbar von anderen Orten außerhalb der Sperrzone kommen, dürfen immer nur 10 bis 15 Leute hinein in den Markt. Insofern dauert das Einkaufen hier viele Stunden. Aber viel anderes kann man hier auch offenbar nicht tun, denn Schulen sind geschlossen. Öffentliche Aktivitäten dürfen nicht mehr stattfinden. Eigentlich soll das Leben stillstehen, aber man sieht, der Verkehr läuft trotzdem. Wahrscheinlich, weil viele Menschen eben versuchen, sich das Nötigste zu besorgen und auch mehr als das Nötigste. Denn viele kommen mit ganz vielen Wasserflaschen. Vielleicht trauen sie der Wasserversorgung nicht. Denn in Italien haben Verschwörungstheorien mal wieder Hochkonjunktur, zum Beispiel die, dass eben eigentlich man ja schon ein Gegenmittel gegen dieses Virus haben müsste. Denn die Menschen, die diese Krankheit hatten, die haben ja Antikörper. Und daraus müsste man schon etwas haben können, was tatsächlich dann hilft. Insofern, es gibt viele, viele Theorien. Und es gibt auch schon Trittbrettfahrer. Denn in dieser Region gibt es offenbar Menschen, die sich ausgeben als Mitarbeiter von Gesundheitsbehörden und die Kontrollen durchführen, aber damit sich Zugang verschaffen zu den Wohnungen der Menschen, um sie auszurauben. Bettina, danke schön. Unterdessen meldet China das Ursprungsland des Virus 150 Todesfälle an nur einem Tag. Und das ist ein neuer Höchststand. Und so greift Chinas Führung durch. Der nationale Volkskongress wird nicht, wie geplant, am 5. März in Peking stattfinden. Und die Stadt Wuhan, die bleibt weiter unter Quarantäne. Temperaturmessen, Schuhsohlen und Hände desinfizieren. Bei diesem Friseur in Peking heißt es, erst wird der Kunde untersucht, bevor die Schere zum Einsatz kommt. Nur eine von vielen Vorsichtsmaßnahmen in China, um sich vor dem neuartigen Erreger zu schützen. Die Weltgesundheitsorganisation lobt das Land nun für seinen Kampf gegen das Coronavirus. Das alles ist nur möglich, weil sich das gesamte chinesische Volk engagiert. Von den untersten Gemeindevorstehern, mit denen wir gesprochen haben, bis hin zu den Gouverneuren ganz oben. Das ist außergewöhnlich. Trotzdem, China bestätigt 150 neue Corona-Todesfälle. Das sind so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Über 77.000 Menschen sind mittlerweile infiziert. Es ist die größte Gesundheitskrise seit Staatsgründung, sagt Präsident Xi Jinping. China verschiebt deshalb den Nationalen Volkskongress, das wichtigste politische Treffen des Jahres. Tausende Delegierte hätten dafür aus allen Provinzen in die Hauptstadt kommen müssen. Zu gefährlich, auch wenn sich die Nationale Gesundheitskommission zuversichtlich zeigt. Die neuen Entlassenen Patienten in allen Regionen haben die neuen bestätigten Fälle übertroffen oder erreicht. Die Prävention und Kontrollmaßnahmen zeigen nach und nach Erfolg. Die Millionenmetropole Wuhan setzt weiter auf Quarantäne. Die meisten kleinen und mittleren Betriebe bleiben geschlossen. Peking kündigte nun finanzielle Hilfe an. Im Norden von Hessen in Volksmaßen ist ein Autofahrer durch eine Absperrung in einen Rosenmontagsumzug gerast. Die Polizei meldet mehrere teils schwer verletzte Personen. Augenzeugen berichten, dass auch Kinder unter den zum Teil schwer Verletzten sein sollen. Nach Berichten des hessischen Rundfunks sei der silberne Mercedes-Kombi am Nachmittag so ungefähr gegen 14.30 Uhr in die Menschengruppe gerast. Ein Augenzeuge will gesehen haben, wie der Fahrer noch Gas gegeben hat. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und der Fahrer des Pkw wurde von Polizeibeamten bereits festgenommen. Die Hintergründe sind aber bislang noch völlig unklar. Zugeschaltet ist uns jetzt Marie Mezzur. Du bist am Tatort. Davon kann man sprechen in jedem Fall. Was für ein Bild bietet sich dir? Die Straße hinter mir ist auf jeden Fall momentan gesperrt mit schwarzen Bändern. Man sieht hier wirklich nicht mehr durch. Es soll ein Pkw, es soll ein gezielter Anschlag von diesem Pkw, von diesem Menschen gewesen sein. Das steht auf jeden Fall laut Polizei schon fest. Marie, was ist denn mittlerweile Neues bekannt über die Verletzte? Wie viele Verletzte gibt es und wie schwer verletzt sind sie? Kann man Todesfälle schon ausschließen? Leider kann ich momentan auch nicht viel mehr sagen, dass es laut Augenzeugen ca. 15 bis 20 Verletzte gegeben haben soll. Diese sind in Krankenhäuser gefahren. Mehr kann ich momentan leider auch nicht sagen. Danke für diese ersten Mitteilungen vor Ort. Marie Mezzur, telefonisch zugeschaltet ist uns jetzt Rainer Lingner, Sprecher vom Polizeipräsidium Kassel. Können Sie denn, und wir haben ja gerade unsere Kollegin gehört vor Ort, beziehungsweise auch gesehen, dass man eigentlich vom Tatort nichts mehr sieht. Können Sie uns denn sagen, was da hinter den Absperrbändern, hinter den Absperrplanen momentan passiert? Also ich würde es jetzt auch nicht einen Tatort nennen, sondern einfach einmal ein Geschehnisort. Das, was wir sagen können, ist, dass da gegen 14.45 Uhr ein Pkw in die Menschenmenge des Rosenmontagsumzuges in Volkmaßen gefahren ist. Wir haben eine Anzahl von 20 bis 30 Verletzten, einige schwer verletzt. Wie schwer, das wissen wir noch nicht. Zu der Intention oder zu irgendeiner Ursache können wir noch gar keine Angaben machen. Ich höre auch von der Kollegin von Ihnen immer wieder, die Polizei hätte gesagt, dass er mit Absicht da reingefahren ist. Diese Meldung kommt definitiv nicht von der Polizei hier in Kassel. Wir wissen immer noch nicht, warum das passiert ist, ob das ein medizinischer Notfall war, ein technisches Versagen oder tatsächlich vielleicht Absicht. Also diese Mitteilung kommt von uns und die können wir auch nicht bestätigen. Ich möchte, Herr Lingner, natürlich nur noch mal insofern reingrätschen, als dass ich mit Tatort völlig wertneutral den Ort bezeichne, an dem das passiert ist. Damit wollte ich keine Wertung verbinden, überhaupt nicht. Absolut. Aber wie gesagt, also zur Ursache wäre es jetzt sehr unseniös, irgendwelche Aussagen zu treffen. Und meine Kollegen und ich sind, glaube ich, seit einer halben Stunde am Dementieren. Diese Mitteilung kommt definitiv nicht von der Pressestelle der Polizei in Kassel. Das verstehe ich natürlich, dass Sie dazu nichts sagen wollen und das auch nicht dementieren können. Gibt es denn mittlerweile weitere Informationen über den Täter, die Sie uns vielleicht mitteilen können? Also wir haben den Fahrer, nicht den Täter, sondern den Fahrer festgenommen. Der wird dann zu den aktuellen Geschehnissen befragt. Das Ergebnis ist offen. Das sagte ich ja eben schon, das kann unterschiedliche Gründe haben. Dazu können wir auch noch keine Angaben machen. Weder zu den Hintergründen, noch zur Person des Fahrers. Herr Lengler, können Sie uns trotzdem zur Person ein bisschen mehr sagen? Also Alter des Mannes, ungefähres Alter des Mannes, Herkunft, ist das möglich? Definitiv noch nicht. Können wir noch keine Angaben machen zum Fahrer. Reden wir ganz kurz nochmal über die Zahl der Verletzten. Hat sich da die Zahl stabilisiert? Wie viel sind es momentan? Wie viel sind davon schwer verletzt, schwerst verletzt? Wo und wie werden die gerade behandelt? Genau, also wir gehen von einer zweistelligen Zahl aus. Reden wir mal von 20 bis 30. Schwer verletzt bedeutet ja im Sprachgebrauch der Polizei, dass sie zumindest stationär aufgenommen werden. Das kann natürlich ein Handbruch sein, es kann aber auch eine schwere Verletzung sein. Inwieweit die jetzt, oder wie schwer die verletzt sind, das können wir nicht sagen. Wie gesagt, das heißt bei uns nur stationäre Aufnahme. Aber da jetzt irgendwelche Aussagen zu treffen, das ist zurzeit nicht möglich. Und in dem ganzen Durcheinander und in dieser Lage wird sicherlich die Anzahl der Verletzten sich vielleicht auch nochmal ändern. Das ist schwer vorherzusagen. Aber bislang können Sie auf jeden Fall Todesopfer ausschließen? Davon haben wir keine Kenntnis, genau. Das ist der Stand jetzt um 17.22 Uhr, ne? Recht, vielen Dank für diese Eindrücke, beziehungsweise das, was Sie uns gesagt haben. Rainer Lingner war das, Sprecher vom Polizeipräsidium Kassel. Ja, es kursieren sehr viele Gerüchte im Internet. Es gibt natürlich viele Twitter-Posts, es wird viel spekuliert. Unter anderem gibt es nun auch eine Meldung, wir wissen nicht, ob das bestätigt ist, eine Meldung von einem anderen Polizeisprecher, der soll dem hessischen Rundfunk bestätigt haben, dass es sich bei dem Fahrer, man kann ja noch nicht von Täter sprechen, um einen 29-Jährigen aus der Region um Volksmaßen handeln soll. Aber nochmal, diese Information ist bislang nicht bestätigt. Es handelt sich hier um Spekulationen. Und da wollen wir auch nochmal bei unserem Reporter Daniel Koop nachfragen. Welche neuen Infos hast du denn über die Verletzten? Wie viele Verletzte sind es und wie schwer sind sie verletzt? Also das ist auch die Information, die wir ja gerade von dem Polizeisprecher auch gehört haben. Man geht von einer zweistelligen Zahl aus, darunter sollen sich wohl auch Kinder befinden und es sollen dabei sich wohl auch um Schwerverletzte handeln. Die gute Nachricht, wenn man das überhaupt an einem solchen Tag sagen kann, es soll wohl in der Tat keine Tote geben. Was wir jetzt auch noch gehört haben, aber wie du gerade auch schon erwähnt hast, es gibt momentan ganz, ganz unterschiedliche Angaben, auch von der verschiedenen Polizeisprecher. Dass man wohl in der Tat davon ausgeht, ja es handelt sich um eine absichtliche Tat, die begangen wurde, aber dass man wohl angeblich nicht davon ausgeht. Aber wie gesagt, da müssen wir ganz vorsichtig sein, dass es sich dabei um eine politisch motivierte Tat handelt. Das ist jetzt auch eine Meldung, die wir nochmal bekommen haben, aber wie gesagt, vom jetzigen Zeitpunkt alles noch nicht bestätigt. So fassen wir nochmal zusammen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein silberfarbener Mercedes-Kombi ist nach Augentorgenberichten gegen 14.30 Uhr in einer Gruppe von Menschen gefahren am Nachmittag in Volkmaßen. Es handelt sich da um einen Rosenmontagsumzug. Zahlreiche Verletzte, wie wir immer wieder jetzt natürlich in den Gesprächen auch mitbekommen haben. Von einer zweistelligen Zahl gehen die Ermittler bzw. die Polizei momentan aus. Es gibt teilweise auch widersprüchliche Aussagen von verschiedenen Polizeisprechern. Wir werden das Ganze natürlich weiterverfolgen und einordnen nach einer kurzen Unterbrechung.